Ich finde Tischtennis cool, weil man kann auf der Platte spielen mit Schläger und dann kann man einfach mal ein bisschen hin und her spielen. Aufschläge und Vorhand. Wenn der Ball hier hinkommt, dann ganz schön nach vorne zu laufen. Ich finde es schwierig, wenn der Ball hier hinkommt und so gut ist, dann muss ich den ganzen nicht nach vorne hinschlagen. Ja, das ist mein Ziel. Beim Papa noch in der Mannschaft zu spielen. Na ja, die Paula spielt auch mit, das ist meine Freundin und die wohnt auch in der Nähe. Nein, weil er schmeißt den Schläger, davon geht er kaputt und er hat nicht so viel Geld gekostet. Und Scheiße sagt man auch nicht. Faszination Tischtennis. Faszination Tischtennis. Faszination Tischtennis. T conoc Performance object ist. Effißination T Deathiente Baby. Vielen Dank.